Ich hab's auch geschafft. Ja, vielleicht. Was machst du denn? Junge! Ich hätte das gerade locker geschafft. Das war's wert. Was musst du überhaupt schaffen? Ja, ich hab den einzigen Gegner getötet, den es hier gibt. Und jetzt muss man da hinten durchfliegen. Das war ja voll einfach. Ah, verdammt, er lässt sich los! Du was? Ich hätte nix sagen sollen, das ist zu einfach, ey. Aber wieso? Ich weiß auch gerade nicht genau, wie man los lässt. Bis man da unten drücken und springen, oder was? Ah. Jetzt ein 1 durch, Mann. Du schaffst es. Wow, das ist viel junger. Das muss ich dir das. Ich hab gut dirigiert. Du schaffst es! Guck mal, diese ganzen klubigen Kugeln da. Klugeln! Kennst du auch diese Klugeln? Oh ja! Wie eine zarte Elfe. Achso, da muss noch was. Nein. Ja. So. Guck mal, ich kann auf einer Luftwolke stehen! Ähm. 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 What? Gott! Guck. Ey. Oh Gott! Ähm. Waren? Nein. Bist du was? Bist du was? das war es mir wert da ist noch ein loben die brauchen wir am ende fehlt werden wir das nie verteilen ich mag das ich meine ich habe dir auf dem boden spielen kann es mich als trampolin benutzen ich so bin so ist gerade weil er wird nach oben gehen welches hier schlagen würde das genauso wahrscheinlich ich bin mal wieder richtig arse hier du bist ein depp der dumm depp hat so dumm depp hallo jetzt jetzt gehe ich wieder vor hallo warum was macht er denn da ich komme nicht mehr weg ich habe mich zu doll auf dich konzentriert zu lachen was macht ich wollte dich schlagen ach man das ist einfach ehrlich du hast mich da reingekickt alles deine schuld mama ok jetzt aber kompetent hier durch meine immer doch weil das hat richtig punkte überhaupt werden beide noch unser herz gehabt ach so ja ich wollte doch an den fetten welchen fetten er ist schon wieder weg redest du etwa von mir ich bin jetzt noch jetzt noch mein herz zu verlieren und auch noch in das leben das ist ja voll lächerlich langsam wie scheiße wir einfach sind alter wo haben wir denn angeblich so viel übersehen wenn ihr es wisst schreibt es nicht in die kommentare interessiert mich nicht das spielte dreck eh nicht noch mal er weißt du dann schon vor dem ersten fall war so er spielt das unbedingt auf hundert prozent ja wahrscheinlich ich glaube wir sollten auch mal schluss machen mit aufnehmen wie gesagt ich wollte noch du kannst doch recht zugeben dass wir den nächsten supermarkt leider nicht mehr pennies verrat doch sowas nicht oh guck mal da rechts schon wieder die olle soll das auch soweit machen dass wir das noch machen ich glaube das ist so ein kurzes level wir haben dann trample nicht auf mir herum das heißt wir laufen jetzt auf dem riesigen oschi rum ja oh hä wie soll man denn da hinkommen achso ne ich hab keine ahnung kaphorn komischer startbildschirm dafür dass da einfach nichts oh ist das schön mit den ganzen Wolken ich wundere mich dass ich nicht mehr vorwärts kommen was geht denn da warum machst du das ach so dass ich habe die schlangen gar nicht gesehen hey hey ja die schlangen sah auch schon mehr ein bisschen pervers aus alter was was hat die denn für augen bitte warum nehme ich doch mal bitte auf oh das weiß ich doch nicht ich bin kein ananas der das hier mit dir aufnehmen würde hä du war irgendwann ist auch so hey spiel unbedingt ram spiel unbedingt ram da kann ich sogar mitmachen blablabla dein voting hat es ergeben was willst du von mir ja seht ihr das alles euro schul ist mit meinem bruder spielen die drei stimmen waren von mir verdammt warte verdammt warte geht nicht nein ich dachte da waren ein secret glaub ich hast du gehört digger hä die drei stimmen waren von mir verdammt ja das sagte ich mir schon aber du kannst es nicht mehr verabschieden ich habe es probiert mit mehreren accounts hä es gibt doch überhaupt keine accounts ich habe doch keine ahnung was du so machst ich weiß noch grad nicht was ich da so mache einfach voll keinen Plan oder so auch ich hab grad so sieben von diesen Dingern hä hallo ich hänge hier drunter fest ja das kann ich doch nicht ändern schlag nicht äh Alter warum bist du diese scheißschlage so schnell und warum bin ich so scheiße das wäre ich nicht so hör auf mich wir schaffen diesen Teil einfach nie wenn das so weiter geht komm du schaffst es nicht yeah ey für das teamwork hier was wir hier machen das ist ja total ungewohnt von mir ich hab schon wieder auf dich geguckt äh 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 lauf 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 nein voll knapp gerade oh god tsch warte 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 uuuu 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 lauuu was ist was 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 passiert hier oben ist auf den punkt den wir nicht kriegen werden lalala 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 nein lass mich doch da rein du 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 verschlage nein wow uuuu 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 elektronisch sollte nicht über die schule über den schlammkopf hinaus wir sollten nicht über den teller rand hinaus warte verdammt schlägt sie sich denn dadurch ich glaube drauf bleiben soll es wäre vielleicht eine möglichkeit gewesen zu gierig ich bringe ich um oder so richtig was gibt es war vollpunkte über mehr dazu merkt es nicht das spiel denkt ja der hat es verdient zu sterben schnell schnapp ist dir was ist denn los mit mir hallo jetzt bin hier oder vielleicht auch da ich glaube die schlage die schlage die schlage die schlage bin ich bin ich da bin ich bin als blase ich kann den ganzen part ausschneiden wie scheiße jetzt gehen wir ein bisschen schneller da kleiner ja was kann er dafür wenn du nur eine hand an die rumpf stehen wie war ich am anfang besser ist und dann so nein du warst schon immer scheiße nein alter wir werden immer schlechter ich bleibe einfach nur auf der schlange stehen die wand gelaufen konnte nichts mehr machen alles seine schuld nein auch nicht schon wieder ich komme davon ich muss ja sagen meine ohren tun gerade irgendwie schon ein bisschen weh von dem halt 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 ich bekommst doch von dir durch trotzdem meine die schlange ich doch mal guck mal das ein stachel Toll, toll. Vor allem, du dir einfach das Herz nicht wohl oder so die Punkte, wenn du dein Altes noch hast, ne? Ja. Das war gar nicht mal wenig. Meins! Au. Nein! Oh, bitte nicht wieder von Anfang. Bloß, weil wir so gierig sind, ey. Oh nein, was mach ich denn? Ich denk mir so genau da, wo ich jetzt möglichst nicht sterbe, hingegen. Erstmal richtig schlecht aufgegangen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wieso bin ich so weggerutscht? Alter, du hast mich runtergegeben. Darum. Alles deine Schuld. Wie immer. Was? Wirklich? Das ist einfach so erwärmlich, wie wir... Einfach nur sagen, dieses eine Level noch, dieses eine noch, und dann sowas. Ja, das haut noch nicht 10 von mir raus. Ja, das ist ja so. Ich weiß nicht, aber du hast jetzt ganz ruhig alles angehen lassen. Scheiße, ich begehe. Wieso scheiße auf die Gegner? Schlag's dir doch lieber. Oh Gott. Nein. Na... Ja. Nein. 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 lauf 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 warum bockst du mich genau da oben ich hab's geschafft ich hab's geschafft das ist so schlecht nein das gerät fährt schon wieder die fette schlange du weißt du was ich so ablater so richtig erbärmlich aber nur am sterben jetzt konzentration ja okay jetzt aber wirklich mal ein bisschen auch mit unserer gier und sie vergangs schnell die lums einfach bevor er ist ich meine natürlich das dann ist ja noch ganz schnell machen nein das macht nur einer und ich gehe weiter ich hab sie genau ich mache das dann total der mich eine aktion und du stehst auf der schlange du stehst auf schlangen was smash brothers der macht es geschafft ja wir waren richtig scheiße muss ich sagen oh gott ich frage mich glaube ich das hört hoch warum nicht da guckst du dich an die scheiße wir waren wir haben sogar mit einem punkt zu überschuss die 300 geknackt ja die war es cool als ein klein ding noch blau war im gesicht das ist ja nur ein kleines level gewesen warte ab was jetzt geiles passiert nämlich wir kriegen jetzt das wirklich kleine level das machen wir noch ne trampeln nicht auf mir rum wir haben es geschafft nur den zeitrekord haben wir aus irgendeinem grund nicht geschafft das müssen wir auch noch unbedingt machen den schicken schatz schnappen guck mal die freut sich